Hallo Leute, ich hoffe euch geht's gut. Heute habe ich einen Tag für euch und zwar den 90s Tag. Da ich ja in den 90ern geboren bin, quasi schon fast Ende der 90er, aber noch in den 90ern, dachte ich mir, wäre das ein perfekter Tag eigentlich. Ich habe mir die Fragen durchgelesen und dachte mir, ja, ja, die Fragen möchtest du gerne beantworten. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, dann würde ich mich logischerweise sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Ich habe mir die Fragen alle mal auf mein Handy geschrieben. Und zwar, was war dein Lieblings Anja? Anja ging so, ne? Also habe ich jetzt halt nicht wirklich so gerne geguckt. Zwei Sendungen gab es, die ich mir ab und zu mal angeguckt habe. Und zwar einmal Pokémon. Ich fand Pokémon sehr toll. Und ich weiß nicht, ob das damals kam oder ob das nur jetzt kommt. Und auf jeden Fall ist das Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! hat ja auch irgendwas mit Anime zu tun. Keine Ahnung. Ich weiß, ja, das sind sehr, sehr die jungen Serien, aber Sailor Moon und der ganze andere Quatsch hat mich eigentlich wirklich nie interessiert. Was das angeht, war ich damals wirklich echt ein halber Junge. Werdet ihr in den ganzen anderen Fragen auch noch sehen, aber wir waren alle noch Kinder, ne? Die zweite Frage ist, Lieblingssänger? Da gibt es eigentlich mehrere. Die haben jetzt nichts wirklich mit den 90ern zu tun, aber, ähm, ja, als ich, äh, als meine Mutter mit mir schwanger war, hat sie sehr viel Pur gehört. Das ist halt eine Band pur. Und, ähm, ja, als ich dann, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt war, konnte ich die ganzen Lieder auswendig mitsingen. Und, ähm, Pur höre ich eigentlich heute noch manchmal sehr gerne, genau wie, ähm, Rammstein. Rammstein habe ich damals auch sehr gerne gehört, höre ich heute auch noch super gerne. Ähm, ich habe sehr früh mit der Musik angefangen. Fünf, sechs Jahre war ich, da habe ich das eigentlich schon gehört. Ich weiß, es gehört nicht mehr zu den 90ern, aber was soll's. Und mit acht Jahren habe ich angefangen, Tokio Hotel zu hören. Denen bin ich bis heute immer noch treu geblieben. Und, ähm, ja, wer mich deswegen gerne haten will, der kann das ruhig machen. Mich interessiert das mir leider nicht, weil ich nicht weiß, wofür ich mich deswegen schämen soll. Wenn jemand sagt, Will ist schwul, dann denkt das bitte. Wir alle wissen, dass es nicht so ist. Also, wenn du mal jetzt nicht damit provozieren oder gerne willst, dann mach das ruhig. Du kommst mir leider irgendwie nicht sehr weit damit. Die dritte Frage ist, Lieblingssüßigkeiten? Alles? Nein, keine Ahnung. Äh, ich habe damals als Kind schon sehr viel, sehr gerne gegessen. Hausbacken und so. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, was ich so gerne gegessen habe. Also natürlich Chips, Flips, das war ja eigentlich so das Normale, ne? Diese Überraschungseier habe ich, denke ich mal, sehr gerne gegessen. Ich weiß es gar nicht. Was habe ich denn gerne gegessen? Doch, ich weiß es. Und zwar gab es doch damals auf der Kirmes immer, ich weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt, auf jeden Fall, gab es da diese Wunderbälle. Ich kann euch mal hier an irgendeiner Seite, da kann ich euch mal ein Bild einblenden von diesen Wunderbällen. Und zwar waren das ja so komische Bälle, da musste man ja die ganze Zeit dran lecken, bis am Ende dann so ein Kaugummi rauskam. Damit habe ich mir fast immer so die Zähne demoliert. Aber das war mir so egal. Ich fand diese Dinger so geil. Genau wie, äh, Kaugummi damals und, äh, Tic Tacs. Aber Kaugummi durfte ich ja nicht wegen meiner Mutter immer, weil du könntest dich ja verschlucken, Kind. Und, ähm, ja, auf jeden Fall diese Wunderbälle, die waren ein Wunder. Kommen wir zur fünften Frage. Lieblingsspielzeug im Happy Meal, beziehungsweise damals hieß es ja noch Mew in der Tüte. Ich kann mich noch an eine Sache erinnern. Damals gab es ja immer diese hässlichen Barbie-Puppen und, äh, keine Ahnung, so komische Pferde. Und weht sich nicht was alles für Mädchen. Und für Jungen gab es ja immer diese Autos. Und ich kann mich noch daran erinnern, da hatten die mal, das war ungefähr so groß, das waren so komische Radios. Und sobald du die hochgeschoben hast, kam da irgendein Lied raus. Und irgendwann mal waren diese Radios da. Wir sind dann zu Meckes gefahren. Und dann war das allerletzte Radio von Tokio Hotel noch da. Da war, durch die Monsoon war das noch in dem Radio. Ich habe das Radio sogar heute noch. Das liegt irgendwo unter meinem Bett in irgendeiner Kiste. Auf jeden Fall finde ich, das war mit Abstand das Geilste, was jemals in einer Junior-Tüte mit drin war. Und, ähm, ja, sonst ist ja eigentlich quasi immer nur Quatsch mit dabei. Und Autos und hässliche Barbies und, ja, sonst irgendeinen Quatsch, was keiner braucht. Kommen wir zur letzten, äh, zur letzten Frage, ähm, zur sechsten Frage. Was hast du gesammelt? Ich glaube, das kennt quasi so jedes Mädchen. Was haben wir damals gesammelt? Diddlblätter. Ich habe zwei Macken voller Diddlblätter, immer noch. Die sind auch unter meinem Bett. Zwei dickfett gefüllte Macken, nur mit Diddlblätter. Keine Ahnung, aber Diddl war damals ja so in. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch in ist. Auf jeden Fall, ich höre davon nichts mehr. Kann auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich nicht mehr so jung bin. Auf jeden Fall, ja, Diddlblätter war auf jeden Fall eine große Obsession von mir. Und da kommen wir schon wieder zu einer Sache, die so mega untypisch ist. Und zwar, was habe ich noch gesammelt? Yu-Gi-Oh-Karten. Ja, diese Yu-Gi-Oh-Karten, diese normalen Sammelkarten, womit man dann auch spielen konnte und schlackenstot, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, weiß ich noch ganz genau. Damals habe ich diese Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt und habe immer mit den Jungs aus meiner Klasse und aus den Parallelklassen Yu-Gi-Oh gespielt. Und dadurch bin ich eigentlich auch nur gekommen, wer gegenüber von mir damals einen Junge gewohnt hat. Der hat auch alles Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt. Und ja, seitdem habe ich dann auch damit angefangen und dank ihm habe ich es auch richtig gelernt. Und ja, da habe ich eigentlich jeden abgezogen, so wie man es nimmt. Und ich habe mit ungefähr so einem kleinen Stapel angefangen und habe mich dann hochgearbeitet bis zu so einem Stapel irgendwann. Ja, irgendwann hat es dann halt aufgehört damit und ich glaube sogar, dass ich die Yu-Gi-Oh-Karten auch noch irgendwo besitze. Auf jeden Fall war das auch so ein großes Highlight in meiner Kindheit. Kommen wir zur siebten Frage. Lieblings-Disney-Charakter. Also, es gibt ja tausende Disney-Figuren, wenn man es mal so nennt. Für mich gibt es aber nur eine einzige, die ich super hübsch finde, die ich super süß finde, die einfach nur perfekt ist. Und das ist für mich einfach wirklich Mini-Maus. Mini-Maus ist A und O. Ich liebe Mini-Maus einfach und danach kommt Mickey-Maus. Die beiden sind einfach so süß und ja, Mini-Maus, Mini-Maus alles und Mini-Maus einfach nur Mini-Maus. Frage 8. Was hast du nach der Schule immer geguckt? Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, welche Klasse das war. Ich glaube, dritte, vierte Klasse oder so. Da bin ich nach Hause gekommen und dann lief immer im Fernsehen 101 Dalmatina. Und das habe ich eigentlich quasi wirklich täglich geguckt, wenn ich aus der Schule kam. Irgendwann wurde das dann ja abgesetzt und dann war ich deprimiert. Und auf jeden Fall 101 Dalmatina, das war wirklich, das war wirklich das Beste. Was ich auch noch dazu sage, damals die Kinderserien, die waren ja einfach nur perfekt. Ich sage nur, Disneys große Pause, die Gummibärenbande, der große Bär im großen blauen Haus. Das sind alles Kinderserien, die noch vernünftig waren. Heutzutage kommt hier nur noch Doba und der ganze Quatsch. Und ich finde, das ist einfach wirklich nur eine Verblödung. Und ja, also ich wäre wirklich dafür, dass die Kinder vernünftige Serien kriegen. So wie die, die wir damals hatten, weil die waren übrigens immer vernünftig. Kommen wir zur neunten Frage. Lego vs. Playmobil. Da brauche ich gar nicht lange drüber zu überlegen. Und zwar Playmobil. Ich hatte quasi jeden Quatsch vom Playmobil. Sei es ein Playmobil Supermarkt, sei es ein Playmobil Friseur, sei es ein Playmobil Bauernhof, sei es Playmobil irgendwas. Ich hatte Playmobil Blumenladen. Ich hatte quasi fast alles vom Playmobil. Sobald wir irgendwo waren, musste ich alles vom Playmobil haben. Meine Mutter dachte schon, ich werde bald zu einem Playmobil. Ja, ja. Playmobil, weh ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist mein Bruder ja jetzt vier Jahre alt. Und dem habe ich meine ganze Playmobil-Sammlung irgendwann gegeben. Und es waren bestimmt zwei Kisten voll. Nur voll Playmobil. Und ja, Lego hat irgendwann dann auch mal angefangen. Aber das war auch schnell wieder Ende. Also für mich war immer Playmobil. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und die Frage ist Lieblings-Videospiel. Da musste ich eigentlich auch gar nicht lange drum irgendwie überlegen oder so. Das war für mich eigentlich sofort klar. Und zwar die Sims. Sei es Sims 2, Sims 3 oder jetzt Sims 4. Sims ist einfach meine komplette Kindheit. Was heißt Kindheit? Meine Kindheit-Jugend. Sims ist für mich einfach Abschalten. Sims ist für mich einfach Spaß haben. Und ich liebe Sims einfach. Und eine gute Alternative auch für Sims, da ich irgendwann wirklich himmelig werde. Wenn diese Familie nicht das macht, was ich will. Das kann ich ja nicht. Da dreh ich ja dann irgendwann durch. Und dann hat mein Freund, der hatte ein super geiles Spiel. Das ist SimCity. Da musst du halt eine komplette Stadt leiten. Du bist Bürgermeister quasi von dieser Stadt. Du kannst Straßen bauen. Du kannst einen Bahnhof bauen. Du kannst Häuser bauen. Du kannst alles Mögliche machen. Du hast alles in dieser Stadt halt so bestimmt. Und das erinnert mich auch immer sehr an Sims. Oder was ich auch sehr oft gespielt habe. Ich weiß nicht, da habe ich glaube ich zu meinem 8. oder 9. Geburtstag habe ich ein Nintendo DS geschenkt bekommen. Der erste noch, der war blau. Und dazu habe ich ein Nintendogs geschenkt bekommen und Sims. Und das waren auch mit die zwei Spiele, die ich sehr oft gespielt habe. Ich hatte auch nie einen Fernseher in meinem Zimmer. Ich habe wirklich erst mit 8, 9 Jahren, was das angeht, angefangen. Und ich finde, das ist eigentlich noch ein gutes Alter, wenn man sich heute die Leute mal anguckt. Die haben mit 6 Jahren schon das neueste Smartphone. Und ich hänge die immer noch mit meinem 4S. Aber läuft. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, auf meiner alten Schule. Ich mit meinem Samsung Galaxy S2 hatte ich da noch. Und einer aus der, ich glaube, 2-3 Stufen unter mir hatte mit das neueste iPhone. Und da habe ich mich nur gefragt, was ist mit der Welt kaputt? Mein erstes Handy war ein Nokia-Handy. Und da waren auch nur die Nummern von meiner Mutter drauf. Und ja. Aber ist da jetzt auch nicht so wichtig. Das waren auf jeden Fall die 10 Fragen. Und wenn jemand diesen Tag auch gerne machen möchte und auch erzählen möchte, was er in den 90ern bzw. Anfang von den 2000ern gerne gemacht hat, was seine Favoriten waren und alles mögliche, dann könnt ihr natürlich auch gerne so ein Video drehen. Fühlt euch einfach alle getaggt von mir. Ich tagge jeden. Jeder, der gerne mitmachen möchte. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über positives Feedback freuen. Und natürlich über Video-Wünsche in den Kommentaren. Eine Frage noch. Ich möchte jetzt bald einen Ask Vanessa drehen. Und dazu brauche ich logischerweise eure Fragen. Also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mir das bitte auch alles in die Kommentare. Dann kann ich mich alles beantworten. Oder auf meinen Social-Media-Seiten. Hier seht ihr nochmal meine beiden letzten Videos. Hier oben kommt ihr zu meinen Frühlings- und Sommer-Must-Haves. Und hier unten kommt ihr zu meinem letzten DM-Wall. Und ja, hier kommt ihr nochmal zu meinen Social-Media-Seiten. Unten stehen auch nochmal weitere Social-Media-Seiten in der Infobox. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Video. Ciao!